Er sieht super cool aus, sehr sportlich und wird sicher einfach geil zum Skifahren. Ich glaube, er wird sicher super sein für alle guten Skifahrer, die am Morgen früh gerne etwas Gas geben auf der Piste und noch etwas mehr die Energie des Skis spüren wollen. Sportlich, exklusiv und einzigartig. Das sind Technologien, die wir aus dem Rennski gebracht haben, wie ganz neue Seitenwangenmaterialien. Die sind viel härter, der Ski ist viel präziser im Ski. Da haben wir spezielle Carbon-Verstärkungen im Bindungsbereich. Je mehr der Ski durchspiegelt, desto mehr der Ski zurück an den Rennbelagen. Also Top-Gleiteigenschaften bei allen Schneeverhältnissen und gleichzeitig eine spezielle Rennsportstruktur auf dem Belag, damit es noch besser gleitet. Dynamik, Freiheit, Erlebnis und Wow. Wichtig ist, dass es deshalb übereinstimmt mit dem, was der Ski kann. Und da ist sehr starke Sportlichkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.